Teenage Mutant Ninja Turtles Ja, der sieht böse aus, der Junge Ja, ja, riesen Fledermausi Sieht ein bisschen aus wie Skeletor, ne, nur mit Flügeln Ja, irgendwie schon, aber mir ist der Typ echt, wie gesagt, gar nicht bekannt, ne, muss ich ganz ehrlich sagen Also ich weiß über diesen, ich weiß über den ja gar nichts Das ist, hab mich da aber auch vorher nicht belesen mit dem Ich auch nicht, wir werden den schon irgendwie zwingen Jo, scheint irgendwie so mutiertes Vieh zu sein Was ist das? Startet in 33, 32 Sekunden? Ja, ich weiß auch nicht Start erzwingen Der Panzer ist poliert und bereit Ja, so ein bisschen Wachs auf dem Panzer, das ist, ne Wow Scheiß Wetter Ganz schön akrobatisch Schau, da ist noch eins Äh, sicher, dass das nicht nur ein Asteroid ist, Donnie? April schreibt, dass es eine Reihe UFO-Sichtungen in der Gegend gab Und mehrere Meldungen über gleichzeitiges seltsames Verhalten der Anwohner Äh, Don, hast du die Witzbolde in dieser Gegend gesehen? Ich glaube, seltsames Verhalten gehört hier zum guten Ton Typische Unterhaltung zwischen Collet und Storm Ja, Alter Oh Mann Wir sind wieder im Freien Verlaufen uns wieder Ach du Scheiße, wenn wir da so wieder so ein riesiges Areal haben Jungs, ich sehe hier massenweise Ufos um euch herum Und noch etwas Wingenack Aha Ufos und Wingenack Oh mein Gott Passt aus, dass ihr nicht vom Dach gewählt werdet Ach, Wind gibt's jetzt auch noch Ja Wo müssen wir denn hin, da rüber oder was? Oh, hier aufs andere Dach Wir müssen hier die Guck, da stehen sie schon Oh Ich flieg mal rüber Ja Oh, voll der Aufwind Ja, ich weiß Deswegen musst du da so ein bisschen Oh, verdammt Das war ein böser Kerle Seid vorsichtig da draußen So, schnell hier Alter Was ist hier zum Versteck, nee Los geht's Seid ihr schon wieder? Na hier, an der Seite Ich bin hier bei Leo Ach, da unten Ja, genau Oh, shit Oh nein Mein Schild Oh nein Alles klingelt Genug geträumt Hab dich gerettet Dann geh Wo sind denn unsere Kumpels? Das hab ich gebraucht Hinter uns, da sind sie Los geht's Ein feindlicher Hubschrauber Ein feindlicher Hubschrauber Ein feindlicher Hubschrauber Also seid vorsichtig Ja, sind wir doch immer Teamarbeit ist für Schwäche Oh, Leo Unsere Teamarbeit kam ein bisschen zu spät Oh, net Erstmal aufs Dach hier springen Oben, oder was? Mal gucken wir mal hier Auf unserem Radar Da kam ich doch Her Oh Da kamst du hier Ach, guck mal Da auf die andere Seite Da, wo wir Von wo wir gestartet sind Da sind Wo wir gestartet sind Da sind ein Haufen Feinde Und da ist auch der Heli Ah, ja Oh, Mann Also jetzt wieder rüber, oder was? Ja, scheint so Ich bin schon auf dem Weg Wie sieht denn das bei dir aus? Oh, Mann Oh, Mann, ich falle Los geht's Danke für die tolle Zusammenarbeit Ja, gern geschehen So, und jetzt? Und jetzt hier einfach mal hoch Ja, das sind ja Wir müssen hier Richtung Hubschrauber, denke ich, ne? Ja Das auf jeden Fall Aber ich glaube, hier oben sind noch Gegner Genau Siege alle Feinde Also ab nach oben Das hat gesessen Oh, mich weht's fast schon wieder vom Dach Ich hab ja so ein bisschen mitgekriegt Ich hab mal so ein bisschen getestet vorhin mal Aha Äh, ich wollte mal gucken Was Ruffy so alles an Kombo-Angriffe an sich eigentlich überhaupt kann, ne? Ja Im normalen Modus Ich hab ja die ganze Zeit immer mit X und diese kleinen Kombo-Attacken gearbeitet, ne? Ich wusste gar nicht, dass auf Y auch noch eine Schlag-Kombo quasi wäre Ah, wir müssen hier runter Echt? Ach da Ja Ich seh schon Okay, ich folge dir Ich komme Oh Oh Mann Hirnversagen Team-Attacke Na, Wallow Hä, was schleppt denn Ruffy da? Oder bist du, dass jeder was trägt? Fuck nix Oh Mann Ich lieg am Boden Ich fühle mich nicht so gut Oh, verdammt Nein Mikey, rette mich Wo bist du eigentlich? Ach, da bist du Den ist einfach Palast Ich wollte dich auch retten, aber du bist ja weggekrabbt Ja Komm zusammen Du hast dich für Mikey entschieden Ja Los geht's Das ist ja noch ein junger Hüpfer Endlich jemand, der eine Herausforderung für mich sein könnte Ach Gott, die steilende Viecher wieder Oh nein Oh, ist der fett Alter Das hab ich dir jetzt erst mitgekriegt Das sind ja schon Infos, Alter Was ist das denn? Guck mal, ich mach hier Kopfstand in die Luft Oh, und diese blöden UFOs Ich schaff das alleine Oh, guck mal, ich hüpfe in eine Blase Bist du auch in so eine Blase eingeschossen? Oh, das turnt echt ab Ich war grad tot Wir müssen mal die UFOs, glaub ich, erst killen Die paralysieren uns ja ständig Ruff ist K.O. gegangen Ihr seid nur noch zu zweit Das sieht nicht gut aus Ja, stimmt Die UFO-Branks, ne? Alles steht Kopf Boah Ich bin wieder oben Gott sei Dank Das ist unsere letzte Hoffnung Lass uns nicht im Stich Die anderen sind unten Was ist nur los mit euch, Leute? Ja, die paralysieren uns nämlich ständig Ja Los geht's Da sind dann noch UFOs irgendwo Oh, der ist gar nicht so erfreute Typ Oh Es tut nur weh, wenn ich atme Die haben jetzt Zielrakten, ne? Ja, klar Und ich fall hier runter Wo bist du? Ach, da hinten bist du, okay Meiche rettet mich Okay Ich hab dich gesichtet Ich kann gleich einen Köter auswerfen Boah Oh, jetzt wollte ich Leo retten Und krieg selber so voll auf die Fresse Oh Oh Mir geht's auch so Alter Das ist noch gar nicht der Bross, ne? Ihr müsst das jetzt zu dritt durchziehen Los, du packst das, Bro Boah, ich will gar nicht wissen, wie es in der letzten Stage abgeht Ich glaube, hier nach dieser Stage kommt, äh Unser einsatzbeliebter Shredder Oh, endlich einer, den ich kenne Ach, nee, Quatsch Erstmal kommt Crank Da kommt noch was, ne? Ja Crank kommt noch Shredder ist noch am Start Und Ich glaube, irgendwie noch so ein anderes Vieh Boah, der haut aber auch mit seinem Hammer da Gib dir Vorschlag, Hammer Oh, Mann Genau, ich geb dir Vorschlag, Hammer Los geht's Komboangriff Alter Und schulken der Ich fühle mich nicht so gut Das ist echt böse Aber der Maiki, der passt halt auf mich auf Ja, der Maiki ist hier so gut Bisschen bei uns auch mit der Paladin, ne? Heiler, ein bisschen Danke, das hab ich gebraucht Das ist dieser Helikopter, der auch noch ständig ballert, ne? Der uns das Leben so schwer macht Äh, ja Boah Du bist alleine, ne? Ja, aber ich hab ihn gleich Sonny ist K.O. gegangen Ihr müsst das jetzt zu dritt durchziehen Oh, oh Oh, letzte Teutel, letzte Teutel, letzte Teutel Bleib am Leben Okay Ich schüpfe Ich komme Ich lauf Ich lauf einmal ums Aquarium Bäm Hast ihn erledigt? Sehr schön So, und jetzt? Hier, fang So, Radar Abgeschlossen Abgeschlossen Läuft doch mal Oh, ich krieg gleich ne Rakete im Arsch geschossen, ne? Oh, ich auch noch Oh So, zum Abschluss Oh, ich tauch gar nicht auf bei den Bonis Oh, nein Ich war so schlecht Oh, Donny Was ist los mit dir? Ich glaube, es ist Zeit für eine Pause, Jungs Liegt bestimmt noch im Eferl Habt ihr den Kopf verdreht? Wingnut greift den Krang-Ophos und Steinkriegern an Wieso sollte er das tun? Der Feind hat irgendeine gefährliche Waffe Ihr müsst sie ihnen wegnehmen Schicke euch sofort die Position Da ist gut Vorne Wird wahrscheinlich Mehrere Waffen Ähm, ja Komm auf das andere Haus da Ja, da zeigt er mir das auch an Die auch, ne? Oh, ist das weit weg Hoffentlich ist das richtig, wo ich hinlaufe Oh, hier sind die Kopfhaube Sie scannen den Boden von da oben aus Also seid vorsichtig Sprengst du gerade aufs Dach? Hoche ich auch Laufbratter ziemlich weit weg Da ist nämlich auch was Ah, da liegen die Dinger zum Transportieren Hoffentlich habe ich jemanden dabei Zur Verstärkung Kommt ihr? Ah ja, ihr kommt auch in meine Richtung Okay Hier kommen auch, ja Dann sind wir wohl richtig Irgendwie Ich fliege schon mal da rüber Okay Okay, wir halten uns jetzt mal mit dem Garten Bringt es irgendwo hin Von wo aus man es transferieren kann Hab ich den jetzt da runtergeworfen, oder was? Aufsitzen Ach Gott, das ist wieder Das ist wieder das, wo man auf dem Ball rumlaufen muss Ach du Scheiße Oh, hoffentlich komme ich hier rüber Wir sind da Hallo, Freunde Lass mir den Dicken da wegräumen Hm, schon dabei Oh, so schwindelig Oh, so schwindelig Wow Wohin denn, Leute? Wohin denn, Leute? Gibt dir Gleitschutz Könnt das hier dazu? Nee Ach, müssen wir hier einmal rum? Ja, lauf Fall aber nicht runter, mein Junge Okay Ich geb mir für Uiuiuiui Achtung, da ist so ein Ding in hier Wow, was ist das? Oh, Quank Okay, da kommen wir nicht durch Wir sind von der anderen Seite bestimmt Ja, von der anderen Seite Oh, da ist noch so ein Dicker Ja Los geht's Hier ist noch so ein Raketen-Heini Oh, den haben wir runtergebrochen Den haben wir schön geworfen Etwas Hilfe Holst du den Ball? Ich versuch's Okay Da müsste man vielleicht Das Ding in da mal kaputt machen Oh, das geht in den dämmenden Schein Ich tue mal schnell den anderen Typen hier Weil hier ist nämlich auch noch einer Oh, da kommt noch einer Ach, die hauen die Waffe Ach, die darf nicht kaputt gehen Echt nicht? Verdammt Ihr müsst das jetzt zu dritt durchziehen Weil das ist gefährlich Wenn der kaputt geht Oh, jetzt bin ich hier so ein Zombie Oh Schriftreise Warum kann ich nichts machen? Hallo Ich will doch was tun Aua So Aua So Oh nein Ach so, wenn man in den Schleim läuft Ist man so ein Okay Wo ist der Ball? Der ist hier, bei mir Okay Oh Gott Hier musst du auf jeden Fall Über die Strahlen musst du rüberspringen Okay Ach, du kannst mit dem Ball auch springen? Ach, geil Oh nein Beim Seilspringen war ich noch nie gut Ich geh auch nicht Du schaffst es, Doni Jawohl Oh, oh, Ufos Jawohl Ihr habt's geschafft, Jungs Gut gemacht Ja Tauabanga Juhu Oh, wir haben eine Pizza bekommen Oh, ich könnte gar nicht runterspringen Es geht bestimmt gleich weiter Du bist diesmal dreimal aufgetaucht Oh, immerhin Jetzt hast du einen Bonus aufgetaucht Ihr solltet bald mal ins Versteck kommen Und eure Vorräte aufstocken Oh, was für Vorräte So, warte mal Radar Zeit, was ist das da oben? Ich glaube, ich habe ein paar Verstecke unserer Feinde gefunden Der rote Punkt Halt euch dort mal um Na, das ist Energie Ah, ja Das ist Energie Wer hat das Versteck unserer Feinde gefunden? Versteck unserer Feinde Okay, aber wo? Oben Oben auf dem Dach Oben auf dem Dach Müsst man vielleicht auch mal nach oben gucken, ne? Ja, habe ich gerade gemacht Ab, ab, ab Ah, noch mehr Ein feindlicher Hauptschrauber Sie scannen den Boden von da oben aus Also seit vor... Donnie hat den Tatort gefunden Seid vorsichtig, bis die anderen da sind, Donnie Was habe ich gefunden? Da ist eine feiere Verstecke Ich habe es gar nicht kapiert, was ich gefunden habe Oh Ich bin im Gebäude drin Ach, da müssen wir bestimmt auch rein, ne? Stimmt Aber hier sind ziemlich viele dicke Jungs Okay, ich bin da Okay Ich fühle mich nicht so gut Hirnversagen Los geht's Komboangriff Wer sagt Teamarbeit ist für schwäch? Teamarbeit ist für schwäch? Mein Schädel Alles klingelt Reiß dich zusammen Nein, rette mich Leo Danke Wollte nur wissen, ob du aufpasst Hm, das ist dann wohl gerade passiert Du unterstützt dich mal da vorne ein bisschen Ja, das ist nett Ja Er ist nämlich böse Doch, wer will den austreiben? Das schreibt echt ab Los geht's Oh, der Mikey, auf den ist echt verlass Versteckt Nicht, dass wir hier wieder irgendwie so eine Bonusverstecke freilegen Und dann haben wir wieder zwei Gegner am Start So, geht's hier raus? Ja So, oh, da sitzen schon wieder die Dicken Wo geht's raus? Können wir ja auch einfach vom Dach schmeißen, dann geht's schneller Meike, du musst nicht hinterher springen Müssen wir immer noch ganz hoch Ach, da Echt? Müssen wir? Weiß es nicht Nee, jetzt zeigt er da ganz hinten da was an Nee Da ganz hinten Müssen wir Okay Ich bin aber ganz oben, ist auch schön Jo Bisschen windig, aber Bisschen windig, finde ich Klick mal dahin, wo du hingehst Ja, hier müssen wir auch In die Richtung müssen wir auch Da ist nämlich das nächste Fenster Oh Ah, da unten Und ein Crank Hallo Oh, die machen ja hier alle Kraftspurt Ah Okay Oh, da sind ja fitte Jungs, du Na, du Du hättest zu Hause Los geht's Dann machen wir doch glatt mal mit ne Runde Aber richtig Bisschen Spinning schadet nie, ne? Los geht's Boah, schau mal, du Vielleicht können wir abbringen Dass wir hier rumtun Voll die Anadolika Ersteck gesichert Und wieder raus Aber die waren jetzt einfach, ne? Ja Die waren total easy Die waren so beschäftigt Und da ist schon das nächste Da hinten, siehst du das? Ja Oh, hier ist ja voll der Aufwind, ey Oh, voll geil Oh, da sitzt wieder einer Mit seiner Bazooka An dem fliege ich einfach mal vorbei Alles steht Kopf Warum nicht? Geht nicht Nur da runter müssen wir, glaube ich, ne? Ja Leo ist K.O. gegangen Ihr müsst das jetzt zu dritt durchziehen Das mit dem Aufwind ist voll geil Irgendwie schon, ne? Hat so Superman-Kräfte, irgendwie So Aber man kommt nicht wirklich vom Fleck, ne? Ne, deswegen bin ich einmal abgesprungen So, wo seid ihr? Ihr seid jetzt die Tage tiefer, ne? Ich bin gleich an diesem Fenster Du ja auch, ne? Ach da Ich bin da Juhu Grüß dich Los geht's Doch Los geht's Los geht's Warum laufe ich so langsam? Läufst du auch so langsam? Oh, nee Ich hab noch mega langsam Der hat dich vielleicht mit irgendwas belegt? Alles klingelt Das kann sein Doch nicht, du packst das, Bro Oh, Mikey, der ist so liger Ich komm schon klar, danke Vielleicht warst du irgendwie so negativ belegt mit ihm Ja, bestimmt Was macht hier Tü-Tata? Hä? Wo ist denn der denn? Ich sehe den gar nicht Oh, hier sind Ach, da ist er Los geht's Haben wir dann aus der Erde geschossen Los geht's Mann Oh, Mann Ich fühle mich nicht so gut Drei von zwei Diesmal haben wir die Anzeige auf der rechten Seite aber am Auge, ne? Ja, ja Abgeschlossen Ja, Mann Ihr habt sie alle gefunden und aufgeteilt S-Rang, hast du auch ein S-Rang? Ich bin S-Rang, ja Ist das gut oder schlecht? Das ist mega gut S-Rang ist das höchste, was es gibt Ich? Da gibt's S, A und B und dann gibt's C-Rang Und C ist ganz schlecht Okay Hey Ja So, oh Gott Nehmt euch auch vor Blitzen in Acht Ihr habt doch nichts dabei, was aus Metall ist Nehmt euch vor den Blitzen in Acht Hallo? Ach ja, äh, richtig Blitz ist bei mir Programm Alter, jetzt bin ich erschrocken Ich bin fast Sachwunder gefallen Oh, und dann noch die Blitze dazu Jetzt zum Helikopter und Wir sind das echt im schwierigsten Stage Das möchte ich echt gar nicht wissen Ich glaube, wir können es aber irgendwann erfahren Wir müssen sie aufhalten Ja Ist eigentlich nicht, ob wir das nochmal aufs Schwert durchspielen Hallo? Wieso bist du weg? Ich habe doch gerade B gedrückt Ja, ja, ja So, wo müssen wir eigentlich hin, Wu? Zeigt er uns hier Ach, da oben Ich glaube, drei Ziele sind es, ne? Ja Eins Oh, hier ist so ein Knopf Okay Wir müssen Wir müssen mal bestimmt drücken Wir müssen nach da hinten Oh, ich habe ein Sammely-Opid gefunden Kann ich mir das mal ansehen, wenn ihr zurück seid? Cool Es tut nur weh, wenn ich atme Oder mich bewege Oder blinzle Oh, ich bin das mal was verportiert Oh, oh Mann Ich fühle mich nicht so gut Oh, jetzt müssen wir mit der Kanone auf die Helikopter schießen Oh, nein Alter, ich fall gleich vom DAS Ich bin tot Ihr habt es gefunden Sie haben ihren Angriff gestartet Schaltet sie alle aus Oh, scheiße Gott sei Dank, dass Mike nicht schnell oben ist, ne? Und, schmeckt's dir? Eins von vier Guck mal, die beiden machen das alleine Oh, mir schmeckt's gut Wir essen mal ne Runde Die machen das schon So, warum bin ich jetzt schon wieder hier? Aber kommt ihr nicht auch ein Um die selbe Pizza immer aus dem Halse raus? Das ist alles nur mit Salami Pizza geht immer Pizza geht immer Ja, immer so Salami Ich flieg mal zu euch Was macht dein Leo dann da? Weiß auch nicht, warum ich da Weiß Gott, wo gespawnt wurde Oh Gott Wieso kann ich nicht auf die Waffe entsteigen? Das sind Mini-Cranks, ne? Das ging ja schon Ja, die sind echt Oh So, wie schieß ich denn da? Okay, egal Gut gemacht, Jungs Ich wollte grad schießen Und dann sitz ich in der Luft, weißt du Oh man Okay So geht's natürlich auch, ne? Ja Das ist das Schöne an dem Spiel Wenn man mit NPCs spielt, dann Die KI, die macht das Ja, die sind schlauer als wir Okay, die springt alle da rüber Oh Klingt als würden sie etwas Großes planen Schicke euch sofort die Position Ah, da ist wieder so ne Bombe zum Transportieren Ja Müssen wir wieder zu zweit sein Ja, ich bin ja auch schon da Sammel die Bombe Donnie hat das Ziel gefunden Sei vorsichtig, Donnie Sieht aus, als hätten sie Bomben platziert Findet die Bomben des Feindes Los geht's Ja, ja So schwindel ich Hilfe Achso, Donnie, Donnie Lass dich am Riemen Danke Ich wollte dir nur eine Gelegenheit geben, dein Köpfe zu machen Errungenschaft freigeschaltet Oh, als Grünstreifen hab ich bekommen Mein Schädel Als Errungenschaft Oh, ja, ich bin jetzt unten Donnie ist K.O. gegangen Ihr seid nur noch zu zweit Oh nein Und wir echten wieder Die K.O. gemacht das Du bist unsere letzte Hoffnung Das war's nicht im Stich Oh, oh, oh Das ist nicht die Zeit für blöde Witze, Leute Stell hoch Panzerschock Alter, Raffi, fress doch mal schnell Hä, warum läuft da ne Zeit? Ich weiß nicht Vielleicht haben wir noch ne riesige Zeit Und die, äh, Bombe da irgendwie Brauch ich jetzt Ja, fehlschlagen Du musst alle Bombe einsammeln Bevor sie explodieren Boah, wir dürfen uns vielleicht gar nicht so lange mit den Gegnern aufhalten Wo ist denn die Bombe? Die Bomben entschärfen und direkt weiter zum nächsten Wo ist sie denn? Weiß es auch nicht Verwirrt Der Feind hat irgendeine gefährliche Waffe Ihr müsst sie ihnen wegnehmen Schicke euch sofort die Position Ach toll Ich bin tot Ah ja, schick mal Schick mal die Position, Alde Bisschen schneller Wo ist sie mit K.O. gegangen? Ihr müsst es jetzt zu dritt durchziehen Ja, die will uns ne Position schicken Ja, soll sie mal hinten machen jetzt Ja, echt mal Und ich bin auf der Suche eben gerade draufgegangen Weiß nämlich immer noch nicht, wohin Ah, da vorne Okay Binde die feindlichen Waffen Oh Mann Wo läuft denn da jetzt ne Zeit? Jetzt läuft keine Zeit mehr, oder doch? Doch, transportier den Jetzt läuft wieder ne Zeit Tommy ist am Tatort angekommen Ah, jetzt läuft ne Zeit Aber 10 Minuten Wo ist die Bombe? Zeit für einen Lieferdienst Bringt es zum Portal Ich weiß noch nicht, wo wir hin müssen Hier hinten Ist ne Flagge Ah ja Auch noch ein Transporter Leo ist da So schwindelig Ach, Donnie ist da Ach, da vorne seid ihr Ich glaube, ich Sehe euch So, weg da So, können wir uns jetzt der Bombe hier widmen Komm mal, Mikey So Jetzt müssen wir zur Fahne Da vorne Seid ihr oben oder unten? Wir sind auf nem Dach gerade Ah, okay So, Mikey und ich, wir fliegen Wir fliegen Wir fliegen mit der Bombe zum Ziel Geil Panzerschock Ihr seid ja Ihr seid ja Around, Hallandes Ja, ja Wir sind gleich da Mit der Bombe Leo ist K.O. gegangen Ihr müsst das jetzt zum Dritt durchziehen Punkt Ja, wir kommen Okay Gut Jawohl Und ich seh auch schon Wir sind wieder bei 24 Minuten gleich Oh nein Wir haben aber noch zwei Bomben zu entschärfen Ich weiß Wollen wir die noch machen? Ja, ja Die müssen wir machen Die Zeit läuft Wir haben gar keine andere Wahl Außer ne XXL Folge zu machen Oder wir werden scheitern So, da haben wir wieder das Die Bombe ist hinter mir hier Hä? Wieso glitsch ich den Gegner in der Luft? Wir tun unser Bestes So Wo ist jetzt der Mikey? So Mikey Komm Lass doch den Gegner in Ruhe Lass uns doch einfach die Bombe transportieren So Hast du? Fangen wir nochmal von vorne an So, komm jetzt Dann halt mit Leo Wenn Mikey nicht will Ich folge euch mal Ja Oh, der Hubschrauber Wo seid ihr? Ach, da hinten Ach, da seid ihr Über den Wolken Der Hubi Der macht es uns nicht gerade einfach Alter Alter, ich bin tot Wer hat das Licht ausgemacht? Der Hubschrauber hat mich einfach mal so erwischt So, wo ist jetzt die Bombe? Ach, das ehle Die ist runtergefallen Leo ist ja auch tot So wie ich es sehe Wo ist die Bombe? Wo ist die Bombe? Ich weiß nicht Ich bin nur gerade im Unterstuf Ach, das ehle Der Menschheit Ich stopf mich mit Pizza voll Alter Und der Hubschrauber bombt mich voll Mann Ich komme Ich fühle mich nicht so gut Ich bin tot Ich muss Pizza essen Erst mal Pizza Donnie ist K.O. gegangen Ihr seid nur noch zu zweit Das sieht nicht gut aus Komm, iss mal schneller Und? Etwas Hilfe Ja, willkommen Ach, hier ist die Bombe So, und jetzt müssen wir da hin Okay, dann komm mal mit Oh, jetzt haben wir die Bombe wieder verloren Wegen dem blöden Hubschrauber Hi Donnie Komm hier lang Okay Wir fliegen da hin Oh nein Oh, wo bist du? Ist sie ganz runtergefallen? Ne, da ist sie Oh Mann Komm Alter, dieser Hubschrauber Boah Nach oben Oh, wo ist er jetzt schon wieder? Leo hat ihn Oh Leute Hier, hier, hier ist es Hier ist es Hier ist es Wo ist die Bombe? Die ist wieder runtergefallen Oh Hier ist sie Alter Und jetzt einfach hoch Los, komm schon, komm schon Ja, ja, hier Jawohl, geht doch Das war wohl nicht einfach Was ein Krampf Alter Das war wohl ein Krampf, du Oh Mann, ey So So, jetzt müssen wir nur noch eine, ne? Ja Eine Bombe Ne, das waren sie, oder? Ich habe noch ein UFO über der Baustelle geortet Seid vorsichtig Okay 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 Machen wir die beim nächsten Mal, oder? Die machen wir beim nächsten Mal, ja Haben wir ja keinen Zeitdruck gerade Genau Also bis zum nächsten Mal, Leute Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss